meine sehr verehrten damen und herren ich darf sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen ausgabe von unseren asset klassen erklärt im detail erklärt und heute wird sehr spannend ich habe einen besonderen gast heute auch hier das ist der kevin riedl es geht um kryptowährungen kevin hallo zunächst einmal hallo ja servus jörg servus alle die zuschauen ja freue mich hier zu sein und ja danke für die einladung sehr gerne sehr gerne du sitzt ja mit deiner defekt gmbh in der nähe von innsbruck soweit ich weiß ja ja genau also im zentrum der alpen und du bist ja wir kennen uns jetzt schon doch eine eine zeit du bist ja experte im krypto bereich du bist managing partner der wewegt gmbh du beschäftigst sich mit dieser agentur mit web3 software ich als oldschool bin ja da ziemlich hilflos ausgeliefert muss man sagen womit beschäftigt sich eine web3 software agentur eigentlich ja danke fürs intro ja was ist web3 im endeffekt beschäftigen wir uns als agentur mit modernen technologien ja mit fokus auf block chain so die technologie die hinter diesen kryptowährungen steckt und ja das kann umfassen von infrastruktur also wie man als user mit kryptowährungen hantieren kann also diesen sogenannten kryptowallets da bauen wir zum beispiel gerade eine bis hin zu programmen die auf der block chain laufen ja das heißt dass leute ihre kryptowährungen umtauschen können bis hin zu wenn zum identity solutions geht ja also ich bin die und die person ich kann das und das machen privacy solutions also wenn es um privatsphäre kryptographie geht aber auch das ist jetzt oftmals nicht mehr direkt teil von web3 bis hin zu smart city iot lösungen was heißt dass ich gehe durch die straße zum beispiel ich fahre mit dem auto und die straßenlaterne gehen ein wenn ich komme und gehen aus wenn ich vorbeigefahren das ist auch eine geschichte spannend spannend ja also ein breites feld kann man sagen du hast eine inzwischen lange historie du bist software engineer mit über zehn jahren erfahrungen in neuen technologien du beschäftigt sich beschäftigt sich jetzt hauptsächlich eben mit der block chain das seit über sechs jahren spannend natürlich da näher das kennenzulernen und wir wollen uns heute eben mit kryptowährungen beschäftigen als asset klasse manche meinen ja dass es vielleicht überhaupt nicht in ein depot gehört manche sind durchaus verfechter des ganzen das heißt es lässt aber keinen kalt entweder man ist dafür oder man ist dagegen dazwischen ist fast nichts an der stelle darf ich vielleicht noch ganz kurz den disclaimer anbringen die informationen die wir hier allgemein die die wir hier bringen sind allgemeiner natur sind weder analyse noch angebot jede kapitalanlage ist mit ein oder mehr risiken verbunden und werteronditen von finanzinstrumenten sowie sonstige anlageformen können steigen und fallen das ist keine anlageberatung so dem recht genüge getan steigen wir ins thema ein kryptowährungen ich glaube am anfang ist es ganz wichtig zu klären was 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 ist überhaupt was sind woher kommt das wort krypto und was kann man sich eigentlich darunter vorstellen ja also grundsätzlich glaube ich sollten wir mal hinter zwischen drei formen des geldes unterscheiden ich glaube zwei formen sind jedem sehr gut geläufig das ist einmal das bargeld ja also ich entschuldigung besitze das in meiner geldtasche ja also das kann mir niemand wegnehmen außer ich werde gewaltsam bedroht oder wie auch immer ja oder mir wird aus der tasche gezogen das habe ich in meiner hosttasche ja das hat natürlich einen gewissen vorteil wenn wir einen schritt weiter denken hat es den nachteil ich kann jetzt nicht meinen zehn euro scheinen einfach so instant direkt jemanden in den usa geben übergeben weil halt einfach die geografische distanz zu groß ist zur anderen seite wiederum wissen wir auch bargeld ist sehr viel schwerer zu nachvollziehen nachzuvollziehen ja also das ist warum es auch heute noch für kriminelle kriminelle zwecke hauptsächlich verwendet wird ja und das ist mal der erste punkt das ist bargeld seit einigen jahren gibt es glücklicherweise auch dieses digitale geld ja also das ist das was wir auf unserem bankkonto sparkonto haben oder auch wenn wir in irgendwelche digitale asset klassen investieren beispielsweise aktien anleihen was auch immer und hier ist es so dass das bargeld also das geld selbst als wert eigentlich nur auf mehreren computern gespeichert wird das heißt ein paar computer könnten theoretisch aber nicht der mensch irgendwelche richtlinien und gesetze geschaffen hätte damit das nicht so einfach ist diesen wert ändern das heißt jemand könnte jetzt wenn er wirklich böse absichten hat unser pensionskonto löschen theoretisch passiert natürlich so jetzt einfach nicht aber wir sehen sie in fällen wie wenn die banken pleite gehen und so weiter und zu machen ich kann das geld nicht einfach aus der bank nehmen das ist vor nachteile das ist schon bank run dann wenn man menschenschlangen vor banken sieht die verzweifelt versuchen dann noch das geld abzuheben wenn man schon weiß die bank geht bankrot genau also das sind so die zwei formen von von geld die wir eigentlich aktuell heutzutage haben und deswegen aus diesem pain point heraus hat sich tatsächlich um 2008 herum mehr und der zeit der finanzkrise bitcoin langsam herausgebildet und bitcoin ist eigentlich so die erste bekannte crypto währung sage ich jetzt mal und die passiert eben auf dieser neuartige nicht komplett neuartigen aber in dieser form bis dato noch nicht produktiv eingesetzten technologie block chain und diese block chain hat ähnlich zum digitalen geld natürlich diese eigenschaft ich kann von a nach b geld schicken also von jetzt von österreich in die usa in ein paar minuten also sogar schneller als wenn ich jetzt traditionell über die bank verweise weil nicht viele intermediäre dazwischen gescheupt sind und warum geht das ist die frage woher kommt dann eigentlich dieser begriff krypto der begriff krypto kommt jetzt aus diesem aus dieser funktionsweise heraus wie dieses dieser wert eigentlich von a nach b gelangt weil wie wir uns vorstellen können wenn jetzt nicht mehr viele verschiedene offizielle institutionen diesen wert bei sich in der datenbank auf ihrem computer dazuzählen also wie in einem excel file sozusagen plus 100 dann schicken sie es weiter in dem excel file minus 100 und dort machen sie wieder plus 100 und so weiter und so fort und nehmen auch jedes mal einen kleinen cut natürlich für ein service das ist bei krypto nicht so ist wirklich peer to peer geht es direkt ohne dass da irgendwelche companies direkt dazwischen geschalten sind wie funktioniert das weil ich das geht ja nicht einfach so es hat ja einen grund warum es banken gibt die sind die erfüllen eine sehr wichtige also sehr wichtige eigenschaften der gesellschaft mit unter anderem und diese technologie die dahinter steckt ermöglicht es einfach über krypto grafische sage ich mal mechanismen und algorithmen dass eben dieser wert von a nach b geschickt wird und aus diesem ursprungs gedanken heraus hat sich der begriff kryptowährungen der leider heute auch sehr negativ behaftet ist gebildet okay spannend das habe ich so auch nicht gewusst sehr gut das heißt wir haben jetzt mal den herkunft des wortes geklärt gehen wir vielleicht zu kryptowährungen übernommen was sind denn die bekanntesten kryptowährungen und wie viele gibt es eigentlich grundsätzlich also über den daumen es kommt ja ständig was dazu und und vielleicht auch dann wieder weg wie viel sind im laufe der zeit eigentlich auch dann wieder verschwunden hast du da einen einen überblick und es gibt ja spezielle börsen dafür wie wird dann dort eigentlich die liquidität auch zur verfügung gestellt ja also so wie bei einer normalen börse unter anführungszeichen normal wie wir sie kennen bei aktien und und so weiter da gibt es ja market maker der für die liquidität zuständig ist zum beispiel ist das der kurve jungen auch so bei der börsen im crypto bereich vielleicht sonst da ein wege erzählen könntest das wäre zwischen natürlich super fragen bei der weh also ich fange jetzt mal von hinten nach vorne mal ganz kurz an ja es gibt market maker aber diesen zentralen exchanges sagt man ja diesen zentralen börsen die eigentlich mal sehr ähnlich zu den traditionellen groß nach funktionieren ja also da ist jetzt bis auf dem was gehandelt wird natürlich haben wir jetzt ganz tief rein schaust sind da schon einige unterschiede vor allem auch regulatorisch und gesetzlich und so weiter nicht aber auf der technischen funktionsweise sind es auch im endeffekt nur sie haben einen oder ein set von computer einen computer machen es einfach ein excel file wo sie dazu schreiben wenn wer welchen trade gemacht hat da gibt es die market makers für die liquidität alles identisch ja also natürlich gibt es da unterschiede ja aber die grundsätzliche funktionsweise auch wie liquidität bereitgestellt wird und wie es jetzt auch gelauncht werden das ist die krypto sowieso generell ganz ganz spannend ist sehr oft oder fast immer vor allem bei den reiferen finanzprodukten im kryptomarkt immer angelehnt an den traditionellen bereich weil man ja weiß was schon funktioniert was nicht so funktioniert und ich hoffe das beantwortet mal den zweiten teil der frage sonst bitte unterbrechen und der erste teil war ja welche kryptowährung gibt es so und wie viele verschwinden und zwar das ist jetzt tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten weil zum einen müssen wir mal erklären was ist jetzt in diesem kontext eine kryptowährung weil es gibt da gibt es viele verschiedene ansätze wie man das jetzt definieren kann ich möchte das gar nicht kompliziert machen aber grundsätzlich gibt es da unmengen ja also wenn man das wirklich alles mit einbezieht da waren jeden tag wahrscheinlich tausende von kryptowährungen gemacht erschaffen und verpuffen innerhalb von 24 stunden nichts was ja was ja auch in wahrheit nicht dazu beiträgt um vertrauen zu schaffen ich denke da nur an den den elon musk mit seinem wirtag heißen dogecoin oder also da wird ja auch sehr viel umfugter mit betrieben ja obwohl man muss jetzt dazu sagen dogecoin hat schon um einiges mehr also ich möchte jetzt nicht sagen sinn weil sinn hat es jetzt nicht in dem sinne aber mit dogecoin kann ich etwas machen während ich das mit 99 99 prozent aller kryptowährungen nicht kann die sind wirklich nur da um geld einzusammeln und wird es verkauft ja aber um da jetzt gleich mal jeden zuhörer ein bisschen zu beruhigen an diese kryptowährungen kommt man auch nur wenn man sich wirklich auskennt das heißt die könnt ihr auch wirklich nur kaufen wenn ihr wirklich wisst was ihr macht oder grundsätzlich nicht so einfach zugreifbar es gibt ja die bekannten dass es gibt bitcoin ethereum zum beispiel und und vielleicht noch ein paar andere also im grunde haben sich ein paar durchgesetzt bis dato die frage ist halt wie wie geht wie geht es da weitergehen es ist immer schwierig hast du da eine einschätzung für uns oder fangen wir vielleicht die frage anders an beispiel bitcoin wie funktioniert bitcoin wofür wird es gebraucht und warum ist eigentlich erfunden worden ja und daneben wie siehst du die zukunft von eben dieser kryptowährung im speziellen allein über diese frage könnte man jetzt glaube ich zwei drei stunden sprechen durchwegs also ich fange jetzt mal damit an warum existiert bitcoin ja also da gibt es jetzt tatsächlich auch schon wieder zwei drei lager sehr dogmatische lager also wenn ich das falsche sage oder nicht auf jeden eingehen dann bekomme ich da vielleicht eine kleine backslash wie man so sagt also im endeffekt der ursprungsgedanke von bitcoin war jetzt ja wirklich dass man gesagt hat hey 2008 bankenkrise und so weiter und so fort ich möchte mein geld selber in die hand nehmen wie das bargeld ich möchte in der hosentasche haben ich möchte nicht mehr abhängig sein von dem ganzen disclaimer ob das jetzt so gut funktioniert hat im nachgang ist ein anderes ein anderes thema das war so die vision von einem so genannten satoshi nakamoto wo bis heute niemand weiß wer sie er ist oder ob das sogar eine gruppierung oder eine regierung war niemand weiß wer das war also so transparenz im sinne von man sieht alles was der satoshi nakamoto je auf der blockchain gemacht hat man sieht dass er seine bitcoin nie mehr angefasst hat weil er hat natürlich auch eigene bitcoin gar nicht mal so wenig deshalb gibt es natürlich einiges an verschwörungstheorien als gestorben als whatever wie viel wie viel bitcoin gibt es jetzt eigentlich es ist ja begrenzt so weit ich weiß genau also grundsätzlich mal eins vorweg bei jeder kryptowährung ist komplett anders bei bitcoin selbst war so der gedanke okay es gibt 21 millionen bitcoins maximal immer also für immer das wird auch nicht geändert ja das kann man also grundsätzlich kann man schon ändern wenn über 50 prozent oder ein großer teil der leute die bitcoin betreiben kommen später vielleicht mal kurz dazu dem zustimmen dann kann man das ändern aber das wird nicht passieren weil die bitcoin community super dogmatisch ist ja die bekommen fast gar keine änderungen zustande deswegen auch das heißt wenn ich ganz kurz dazwischen gehen darf man hat ein begrenztes angebot mit sehr viel nachfrage ja auch sehr viel nachfrage ist immer relativ oder aber genau ja absolut gut lasse ich dich mal na na bitte also wir waren eben bei bitcoin wir haben jetzt geklärt wer es erfunden hat wahrscheinlich na und wie funktioniert jetzt bitcoin genau auch hier jede kryptowährung funktioniert leider oder auch positiv aus innovationssicht wieder großteils anders grundsätzlich kann man das kann man sich das so vorstellen dass auf der ganzen welt haben leute computer laufen also server und ähnliches wo man oftmals nicht weiß wer das überhaupt ist ja also jemand hat in china einen computer stehen jemand in usa und in afrika die diese vielen unterschiedlichen parteien die alle einen computer betreiben um transaktionen also wenn ich dir jetzt einen bitcoin schicke dann schauen da diese computer drauf ob das tatsächlich eine valide transaktion ist gleich wie über der bank habe ich eine bitcoin den ich das schicken kann okay das mal erste punkt ist deine adresse eine echte also valide adresse wie eine valide kontonummer funktioniert die und so weiter und so fort zahle ich genug an gebühren weil die wollen natürlich auch ihren share an ihrem service dass ich dir das schicken kann und so weiter und so fort und wenn ich dir das geschickt habe dann wird das wie in einem excel file wieder abgelegt mit einem großen unterschied zur bank dieses excel file wird von jedem dieser computer selbst gespeichert und kryptographisch vereinfacht gesagt verifiziert in einer art und weise dass man dass niemand dieser parteien es manipulieren kann 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 jetzt niemand sagen ich möchte jetzt 10 bitcoin drucken lassen betrag auf die schnelle oder ich nehme sie von dir weg das geht alles nicht weil diese ganzen unabhängigen parteien drauf schauen und sagen ja was soll denn das stimmt ja gar nicht und da kommt eben dieser ursprungsgedanke ownership sagt man da ich besitze mein digitales asset wirklich wie das bargeld in der hosentasche und das ist so dieser ja diese grundsätzliche funktionsweise wenn du kannst okay okay wenn ich etwas überweisen und keine zwischenhändler mehr dabei sind ja dann besteht eventuell auch die gefahr dass ich etwas in die falsche richtung schicke das etwas verbufft ja ich gebe eine zahl falsch ein zum beispiel und der bitcoin verschwindet irgendwo im eter kann das passieren natürlich kann das passieren das kann natürlich grundsätzlich bei bank transaktionen genauso passieren ich kann bargeld auch verlieren ja es fällt mir aus der hosentasche natürlich aber bei der bank dann kann man wenigstens ein ansprechpartner der das nachvollziehen kann und bei einer subter börse oder wenn ich das auf der sogenannten blockchain halt dann irgendwo weg schicke habe ich keinen ansprechpartner wenn ich mich nicht auskenne kann kann man das teilweise teilweise okay also bei zentralen börsen die funktionieren ja wirklich ähnlich wie normale börsen ist das gar nicht auf der blockchain okay es wird gar also meistens wird das kann also die es selbst von auf der blockchain gehalten ja in der kryptobörse aber wenn du also wenn ich dir jetzt auf dieser kryptobörse eine bitcoin schicke dann findet das nicht auf der blockchain statt zumindest meistens es gibt natürlich rausnahmen okay und das heißt die können die transaktion natürlich rückgängig machen können natürlich sagen näher der empfänger der hat denjenigen bedrohten betrogen du darfst diese bitcoin nicht auszahlen und so weiter und so fort und das wird ja auch gemacht ja okay aber das ist dann okay für mein verständnis das heißt crypto währungen werden dann zwischen den börsen gehandelt na ohne ohne blockchain das heißt das ist bilateral hin und her gehandelt kann man das so sagen in einer börse in einer ob das jetzt zwischen börsen auch gemacht wird hätte ich jetzt mal noch nichts davon mitbekommen okay könnte natürlich irgendwo sinn machen aber ich bezweifle es ganz stark weil sie wollen ja diese ersatz dann auch wirklich eigenen wallet liegen haben also selbst halten und nicht wieder darauf vertrauen in körper will man nicht vertrauen dass diese kryptobörse mir dass wenn ich es brauche dann auch schickt ja okay das ist der grund okay wir haben jetzt ein fachbegriff mit eingebracht das ist die blockchain ich glaube das bedarf erklärung was ist denn jetzt eigentlich dann die block chain in dem zusammenhang die block chain ist im endeffekt nichts anderes als wie eben dieses excel fall wo diese transaktionen niedergeschrieben werden jeder computer auf der welt der hier an diesem netzwerk teilnimmt hat dieses excel fall und komprimiert es ganz klein zusammen kryptografisch und diese beweise sozusagen sage ich jetzt mal die werden aneinander gekettet deswegen sagt man block chain ja und ich kann sozusagen nicht an einen vorhergegangenen zeitpunkt gehen und diese kette manipulieren wenn ich nur beispiel ein leerzeichen in diesem excel fall ändere ist die gesamte kette komplett anders okay und das ist also es ist theoretisch nicht hackbar also es ist so in dieser form jetzt nicht passiert weil wenn das gehackt wird dann haben wir ganz andere probleme weil dann alle passwörter auf der welt theoretisch in gefahr sind ja kreditkarten alles die alle auf dem gleichen schema auch aufbauen aber das ist so die grundsätzliche funktionsweise eben eine kette dieser excel files also so dieser snapshots wie man sagt excel fall ich mache foto speichert das ab neue transaktion foto speichern speichern das ab und das hat jeder das heißt jeder weiß stimmt gar nicht das stimmt und das ist die block chain ganz heruntergebrochen ok ok das heißt aber auch dann in wiederum sehr transparent weil jeder genau sehen kann was passiert ja also bei den öffentlichen blockchains gibt natürlich andere ansätze auch aber ich würde sagen beschränken wir uns auf die öffentlichen da ist alles transparent ja und das sind auch die blockchains auf themen als normaler user also nicht enterprise wirklich auch aktiv ist meistens ok gut vielleicht gehen wir wieder zurück zur währung zur asset klasse man hat ja gesehen die entwicklung von bitcoin seit 2008 war natürlich sehr 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 starke bis es bis fast 70.000 us dollar für ein bitcoin raufgegangen an wert jetzt ist die frage sollte man das einem portfolio beimischen hat es einen wert welche positiven effekte kann es haben natürlich diversifikations effekte effekte ganz klar wie sieht die korrelation von kryptos mit anderen essig klassen aus vielleicht kannst du uns darüber dazu sagen auch super spannende frage und ich sage mal eins auch dazu vielleicht hat man es auch schon ein bisschen raus gehört ich bin jetzt nicht volle krypto fanatiker aber sagt ihr müsst bitcoine firmen kaufen sonst gibt es nichts ja aber auch gleichzeitig bin ich natürlich alles andere als ein gegner weil ich arbeite in dem sektor und ich glaube daran wenn es jetzt um bitcoin oder krypto werken als asset klasse geht ich würde mal sagen bleiben ja wirklich mal bei bitcoin selbst dann kennt glaube ich grundsätzlich fast jeder mittlerweile zumindest aus den nachrichten da ist es wirklich so natürlich diversifikation ist immer ein punkt und da glaube ich schon dass bitcoin tatsächlich einen guten einfluss auf das gesamtportfolio haben kann wenn wir jetzt mal auf die korrelation zwischen traditionellen assets ja aktien und co und bitcoin schauen das fluktuiert natürlich ja ob jetzt bitcoin als kryptowährungen generell mehr mit dem traditionellen markt korrelieren oder nicht das hängt so ein bisschen an den markt umständen auch grundsätzlich kann man sagen korrelieren die beiden gar nicht mal so schlecht ja was jetzt natürlich für die diversifikation nicht so toll ist weil dann möchte man natürlich dass es ganz anders vonstatten geht allerdings wenn wir jetzt mal ein dreiviertel jahr zurück schauen wo wo das mit der silicon valley bank zum beispiel gehabt haben in den usa und so weiter und so fort wo es da diesen bankbank gegeben hat da ist bitcoin plötzlich losgeschossen warum weil das die ursprüngliche these war von bitcoin hey ich besitze das geld an die bank kann mir nicht verwehren also in zugriff darauf verwehren da ist bitcoin plötzlich also verhältnismäßig im prozent durch die decke gegangen ja eben aus diesem aspekt heraus ich bin nicht abhängig vom traditionellen finanzsystem das heißt investment these wenn man so denkt könnte natürlich durchaus spannend sein dass man sagt hey ich glaube nicht an den traditionellen markt glaube nicht dass das finanzsystem so in 50 100 jahren weiter existiert ja gehöre ich nicht dazu bei der weh dann ist das durchaus valide und bestätigte aktuell zumindest ein dass man tseitig behauptet wenn man sich die klassischen märkte anschaut wie aktien rentenmärkte und so weiter dann hat man natürlich ja auch dadurch dass man ständig darüber hört und das seit sehr langer zeit auch vertrauen und man hat historie dazu man hat ein system das funktioniert man bekommt dividenden man kann alles nach prüfen es ist sehr transparent es hat sich ja eine industrie entwickelt diesbezüglich crypto währungen sind jetzt noch ein sehr junges instrument eben bitcoin seit 2008 kann nachvollziehen dass man natürlich da gerne warten möchte jetzt gibt es die pioniere die natürlich sehr früh davon profitiert haben die halt wagemutig hier investiert haben vielleicht auch manchmal gar nicht so absichtlich sondern bezahlt worden sind in frühen zeiten mit mit bitcoin und daneben gibt es die ganzen stories die dann plötzlich millionäre sind weil sie noch irgendwo bitcoin herumliegen gehabt haben also es klingt natürlich zunehmend ist erratisch auch ja was aber sicher momentan sichtbar ist dass es sich zu einer industrie entwickelt die einerseits eine daseins berechtigung hat andererseits auch von sehr vielen scams dominiert ist das heißt da wird durchaus sehr viel betrogen und versucht online eben an coins zu kommen mit eben den verschiedensten mitteln und hack versuche das heißt das bringt einen ja irgendwo in die richtung wie sicher ist denn das ich meine wie wie kann man denn überhaupt in krypto investieren macht es sinn an einer krypto börse kryptowährungen zu kaufen gibt es denn andere möglichkeiten das ist tatsächlich eine frage mit der sich der markt sehr viel beschäftigt auch und da gibt es tatsächlich sehr viele coole spannende ansätze ja also vieles davon was ich jetzt sage kann in ein zwei jahren schon irrelevant sein oder generell was wir heute besprochen haben allerdings gibt es diesen grundsatz der besitzer eines assets ist immer der schwachste punkt also der weakest link sagt man im security bereich das heißt wenn ich jetzt gehen wir jetzt mal an das beispiel traditioneller markt ich habe ein bankkonto ich werde angerufen von einem scammer mama schick mir bitte 1000 euro und ich mache das das passiert ja immer noch unzählige male dann passiert das ja also da kann der krypto und der traditionelle markt machen was sie wollen können die fünf mal fragen bist du sicher ja es passiert dann trotzdem ja weil das gibt ja immer so diesen diesen trade auf ja also diese diesen spalt sage ich jetzt mal zwischen kontrolle ich kann mit meinem geld machen was ich will und wie sehr werde ich jetzt überwacht wie sehr werde ich kontrolliert wie sehr werde ich beschützt ja beides seine darseinsberechtigung beides wichtig und der krypto macht kommt halt eben aus dieser ecke aus diesem pain point heraus ich möchte das ding wirklich besitzen ja und wenn ich etwas wirklich besitze dann habe ich unweigerlich leider auch die volle verantwortung darüber sagt wenn ich etwas verschicke dann ist es grundsätzlich weg wenn ich es jetzt wirklich auf der blockchain mache und da im endeffekt noch mal zurück zur sicherheit wenn man von diesen scams hört dann ist das eigentlich immer oder zu sag jetzt mal 85 prozent um ganz ehrlich zu sein eigentlich immer weil der user jemandem vertraut hat dem er nicht vertrauen hätte sollen die anderen 15 prozent sind tatsächlich hacks und die passieren darauf weil auf der blockchain tatsächlich der programm code den programmierer wie ich entwickeln bugs drinnen sind muss man leider so auch sagen und diese bugs die kann man nicht einfach so korrigieren weil die blockchain unveränderlich ist wie wir gehört haben mit diesen screenshots da machen die auch screenshots von diesen oder fotos von diesem code und dieser code da kann ich dann auch kein leerzeichen dazu machen geschweigen back fixen back korrigieren dass diese sicherheitslücke nicht auftritt gibt es natürlich wege also für diese ganzen probleme die der crypto markt hat gibt es unzählige ansätze dass man den code einfach und schnell korrigieren kann es gibt wie im traditionell markt wenn man jetzt software für den flugbetrieb zum beispiel programmiert da hängen menschenleben dran natürlich da gibt es auch diese security auditoren die auf diesen code nicht nur einmal drauf schauen sondern zeile für zeile buchstabe für buchstabe ob die auch diese security experten der meinung sind dieser code ist sicher genug um menschen da zum beispiel reinzulassen das gleiche ist krypto da geht es allerdings halt dann anführungszeichen nur um geld auch in diesem fall ich kann den groten nicht mehr ändern oder teilweise nur noch ändern das ist so dieser dieser grund warum es diese wo mir vor diesen scams teilweise hören und natürlich auch fehlende regulation leider immer noch kvc und diese ganzen geschichten dass man wirklich auch weiß wer steckt dahinter weil das ja auch nicht immer sicher ist und zwar dann sofort das sind so die drei großen gründe hätte ich gesagt warum scams immer noch leider in sehr großen bereichen krypto bereich auftauchen und ja zur zur investition in kryptowährungen selber vielleicht zurückzukommen es gibt eben genau die frage wie kann ich jetzt investieren kann man kann über klassische krypto börsen wie keine ahnung bitte bander oder wie sie alle heißen direkt in kryptos investieren inzwischen gibt es aber auch finanzprodukte sei es jetzt zertifikate sei es cfds beim beim broker direkt wo ich eben in kryptowährungen investieren kann das heißt der vorteil besteht natürlich dann darin dass ich nicht an eine krypto börse gehen muss sondern dass in einem klassischen bank depot in meinem online depot reinkaufen kann wenn wir uns jetzt anschauen wir haben jetzt über bitcoin gesprochen was würdest du als das ist ein bisschen schwierig die frage natürlich jetzt zu beantworten aber welche welche coins welche kryptowährungen würdest du als investable bezeichnen wo kann man sich engagieren welche welche währungen sind so weit dass man sagt okay das ist das ist da kann man eine halbwegs ruhiges gewissen haben darin zu investieren um auf deine erste frage zurückzukommen traditionelles instrument um in kryptowährungen zu investieren finde ich aus einer perspektive super spannend ich habe diesen security sicherheitsaspekt nicht ja ich bin ja eigentlich im traditionellen markt das heißt ich habe die vor- und nachteile dieses marktes kann aber am gewinn der kurssteigerung von diesen zugrunde liegenden krypto assets partizipieren das heißt wenn jetzt da irgendwas gehackt wird dann habe ich trotzdem die garantien die mir der traditionelle markt die regulation bietet also wenn jetzt die also der emittent eines zertifikats zum beispiel gehackt wird ich als investor nehme ich jetzt mal ganz stark an weniger kopfschmerzen als mit der emittent selbst ja und das ist glaube ich auch sein ein aspekt den man hier auch gerne glaube ich als investment these mitnehmen kann ich bin hier im traditionellen markt wenn ich mich gar nicht auskennen möchte oder auskenne tatsächlich sicherer aufgestellt weil ich diese verantwortung nicht habe zurück zu deiner asset frage grundsätzlich umso größer der market krebs also die marktkapitalisierung desto besser natürlich auch wenn es um schwankungen geht und da sind natürlich bitcoin und die vier wir die zwei größten bei weitem und das spannende hier ist eins vorweg der gesamte kryptomarkt richtet sich immer noch ganz stark an bitcoin als eine art leitwährung leitindex kann man fast schon sagen das heißt wenn ein bitcoin extrem steigt steigen die anderen kryptowährungen noch mehr weil die marktkapitalisierung kleiner ist und umgekehrt mein bitcoin fällt fällen die anfallen die anderen noch mehr und das ist einfach schon mal im vorhinein zu berücksichtigen wenn man krypto ersatz investiert dass die grundsätzlich recht gekoppelt sind also die sind alle ein bisschen voneinander abhängig und um jetzt konkret zu werden was würde ich investieren keine anlageberatung und so weiter und so fort bitcoin ist natürlich hätte ich jetzt behauptet habe ich selbst ganz transparent zieht man ja auf der block chain würde ich auf jeden fall überlegen ob es sinn macht das meinem portfolio bei zu mischen gerade aus diesem aspekt heraus es ist ja eine würde es nicht sagen digitales gold wie viele sagen ja das ist auch eine investment these von manchen sondern vor allem auch eine kleine absicherung gegen das normale finanzsystem ja auch wenn ich daran glaube warum soll ich mich nicht absichern ja das ist diversifikation das ist mal so ein ein punkt natürlich das ist ein ganz anderer markt und aus diversifikationssicht ist das natürlich eine coole sache hätte ich erstmal behauptet das ist bitcoin selbst 4 wird das schon spannender und da möchte ich jetzt nicht zu kompliziert waren 4 also dieses eth was einige von euch schon mal gelesen haben das ermöglicht es einem in komplexe finanzinstrumente zum beispiel zu investieren auf dieser dieser block chain gibt es sogar alle möglichen vorn sich mal strukturen diesem traditionellen markt auch gibt davon länder bauern das heißt man kann kryptowährungen ausleihen verleihen man kann sie sich verzinsen lassen so natürlich wenn man sich vorstellen kann besseren zinssätzen als auf der daten bank man kann die es jetzt auf eth als infrastruktur als block chain handeln das heißt zwischen anderen kryptowährungen zweit und so fort als dieses vier haben das bietet ganz viel utility wie man in grüppbar sagt also ich kann diese block chain zu mehr als nur ich versende jetzt bitcoin von mir an dich jörg über das hinaus kann ich mit diesen kryptowährungen auf dieser block chain sehr viel mehr machen also hier sind dann wirklich die möglichkeiten unbeschränkt da gibt es dann zum beispiel oder solche dinge die dann die dann ohne zwischendurch tun direkt geschickt werden genau also verträge sind immer ein bisschen kritisch zu verstehen weil verträge sind ja grundsätzlich immer vage bei definition und der richter entscheidet dann oder das ist so das grundprinzip der gesetzgebung diese sogenannten smart contracts also diese intelligenten verträge auf die du jetzt eingegangen bist das ist der krot auf der block chain und krot ist immer super spezifisch das heißt eigentlich natürlich ein bisschen anders als wie jetzt traditionelle verträge dann sprechen dieses nicht für alles geeignet aber gerade für so aspekte wie escrow also dokumenten akkredit die von solchen geschichten was jetzt banken als finanz also das produkt anbieten da kann die block chain eigentlich sicherer fast schon und einfacher und günstiger abhelfen das ist diese ethereum blockchainschoss entgegen unter anderem genauso ist meistens noch bitcoin was eingeschränkt ist da gibt die währung dazu eben die eth und da sagst du bitcoin eth das sind die zwei wo man die die jetzt am weitesten entwickelt sind würde ich mal sagen die am bekanntesten sind wo es am meisten sicherheit gibt gibt es darüber hinaus noch währungen wo du sagen würdest kann man machen das ganz wichtig dazu zu sagen selbst diese zwei großen glaubt man sieht es in den nachrichten immer wieder in zeitungsartikeln selbst die können sich verdreifen vierfachen und auch in die andere richtung gehen natürlich bei den kleinen ist es dann natürlich ganz extrem ich habe diese kryptowährungen teilweise die minus 95 prozent gemacht haben lass mich die frage anders stellen vielleicht gibt es gibt es gibt es nach bitcoin nach eth die am aufstreben sind die eine gewisse historie haben wo schon eine gewisse sicherheit auch da ist ja gibt es natürlich ich nenne jetzt auch ein paar und dann sage ich einen kleinen zusatz satz kein verkauft kein verkaufsempfehlung natürlich ist klar nicht nur das nicht nur das sondern eben diese sogenannten tokenomics also wer hält wie viel von diesem koin also nur weil jetzt diese kryptowährung kohle ist und sinn macht auch tatsächlich oder die infrastruktur die diese kryptowährung betreibt unter anderem heißt nicht dass man als asset da gut reingehen kann weil vielleicht die erfinder von dieser kryptowährung 90 prozent des angebots besitzen das ist der andere teil den man immer auf dem schirm haben sollte aber aus investmentthesen perspektive sind sogenannte layer 2 blockchains also dieses endeffekt eine blockchain die auf anderen blockchains aufsetzt um sie skalierbarer zu machen enterprise für daily use also wenn wir uns jetzt regelmäßig über bank transaktion etwas schicken würden das ist so der news case das sind arbitrum optimism zum beispiel super spannend die ck sync und so weiter und so fort weil ck sync jetzt glaube ich noch noch gar keinen eigenen token hat aber das sind so projekte zum beispiel investment these die super spannend ist und extrem am wachsen sind also das ist wird eigentlich immer mehr bestätigt dass die leute von diesem ich für wenn man sagt dieser schicht 1 blockchain die langsam ist und teuer also ich muss ja diese gebühr an alle computer zahlen zu dieser schicht 2 blockchain übersiedeln die auf dieser schicht 1 aufbaut wie eine pyramide und diese schicht 2 ist schneller ist günstiger und soll grundsätzlich die gleichen vorteile bieten wie diese schicht 1 okay das ist die investment these hier zum beispiel sonst also man muss immer ein bisschen aufpassen ja es gibt viele spannende projekte viele davon gehen allerdings schon ziemlich in die kryptographie um zu verstehen warum brauche ich das rein aus technischer sicht zum beispiel ist jetzt auch eine recht alte kryptowährung verhältnismäßig glaube 2017 sowas chain link zum beispiel es hat keine kryptowährung die ins nirvana steigen oder fallen wird ziemlicher sicherheit weil die ein funktionierendes business modell haben es wirklich ein unternehmen dahinter und was die ermöglichen ist dass man von diesen intelligenten verträgen zum beispiel mit dem traditionellen markt sprechen kann die sind nämlich grundsätzlich isoliert und ich kann in diesen traditionellen also in diesen blockchain code dann auf das internet zugreifen klingt jetzt natürlich sehr abstrakt aber ich glaube man kann sich vorstellen okay als internet zugreifen kann unter umständen sehr sinnvoll und wichtig sein dass ich das von meinem blockchain code kann und das ermöglicht unter anderem eben dieses projekt was wirklich ein vorreiter auf diesem gebiet ist und schon sehr lange im markt also verhältnismäßig natürlich ok ok polka dort ist auch ein sehr sinnvolles projekt was wiederum einen anderen pain point versucht zu lösen und zwar grundsätzlich die vision wäre ja man hat eine blockchain und die deckt alles ab super das ist das traumszenario aber jetzt haben wir schon glaube ich ein bisschen mitbekommen es gibt bitcoin es gibt dogecoin es gibt ethereum und die haben alle eine eigene blockchain dann gibt es natürlich jetzt ein problem das ist ja wirklich eine infrastruktur das heißt ich kann dir jetzt nicht von bitcoin auf ethereum geld schicken klingt jetzt wieder abstrakt es ist wie wenn eine chinesische bank nicht das internet benutzt ja ungefähr sondern ganz was anderes die benutzt funk zum beispiel so ungefähr ist es ja das geht einfach so direkt ist einfach nicht da müsste wieder was dazwischen geschalten werden und ich nehme das ich nehme das und hier ist es ja wie so ein eskro service im endeffekt das ist natürlich gar nicht so einfach und auch hier passieren dann eben in der kryptowelt wieder viele hacks oder die meisten hacks eigentlich wenn wir vorher gesprochen haben eben in diesem austausch zwischen blockchains ok wenn man von hacks hört dann ist das passiert immer das und polka dort kosmos und andere ähnliche projekte versuchen das zu lösen wenn sie sagen wir machen ein netzwerk aus blockchains ok ganz einfach darunter gebrochen das heißt ich kann da wirklich diese assets in standardisierte art und reise zwischen anderen netzwerk hin und her schicken ok das ist der pain point den sie versuchen zu lösen spannend ok und das polka dort natürlich auch sehr 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 spannend also das heißt da gibt es immer wieder neue entwicklungen noch ein begriff der vielleicht spannend ist staking was ist denn das und welche vorteile hat das beziehungsweise nachteile also grundsätzlich unter staking versteht man ja ich lege eine kryptowährung irgendwo hin ja ob das jetzt eine bose ist ob das ein smart contract also ein digitaler blockchain code ist da lege ich das wirklich hin meine kryptowährungen und die werden verzinst ok ich bekomme was dafür wie das funktioniert hängt jetzt wirklich davon ab da gibt es unterschiedliche modelle von ich verleihe diese kryptowährung an jemand anderen und der zahlt natürlich mehr zinsen und ich bekomme einen fairen share einen fairen anteil davon so einfach das typische verleihen das heißt das heißt ich gehe auf eine kryptobörse und dort habe ich die möglichkeit wenn ich zum beispiel bitcoin kaufe oder eth dass ich diese jetzt wenn ich es nicht brauche sage ich möchte das staking und dann bekomme ich praktisch zinsen dafür kann man so sagen genau wichtig ist hier immer zu verstehen was wird mit dem geld gemacht genau was wird mit dem geld gemacht verleihen ist ein aspekt natürlich ein anderer aspekt ist das echte staking das echte staking hat was mit jetzt muss ich wieder aufpassen dass es einfach bleibt mit diesem konsensusmechanismus sagt man zum tun also bei ethereum zum beispiel das sind ja diese vielen computer auf der ganzen welt die eben verifizieren dass die transaktionen richtig sind ok ja die staken die staken ihre ethereum das heißt wenn sie betrügen wollen verlieren sie was davon sie werden bestraft ok wenn sie was gut machen also wenn sie sagen wenn sie einfach ehrlich sind bekommen sie geld dafür mit diesem service das ist echtes staking und da müsste man um da jetzt so teilzunehmen grundsätzlich abhängig vom dollarrat 30.000-40.000 dollar investieren damit man da mitmachen darf ok ok als kleiner investor ist es natürlich meistens nicht so sinnvoll soll ich mal jetzt all in zu gehen das sollte man ja generell nie und deswegen gibt es da jetzt solche zwischenlösungen flexibler staking liquid staking sind alles komische wörter im endeffekt alles was das ermöglicht ist ich kann mit kleineren beträgen an dem teilhaben ok also ich kann da mitmachen und bekomme halt zinsen dafür aber ich nehme wirklich ich mache wirklich die blockchain sicherer im endeffekt ok das ist der aspekt da dahinter spannend aktuell wir haben jetzt september 2023 was würde ich an zinsen bekommen wenn ich einen bitcoin stacken würde weißt du das also bitcoin tatsächlich funktioniert nicht über staking ok also den kannst du vielleicht verleihen auf einer anderen blockchain weil bitcoin selbst muss man dazu sagen ist eine klingt jetzt abwertend ist aber nicht so gemeint sehr dumme blockchain ja also die kann nicht viel außer ich versende Geld die kann noch ein paar kleinere andere Sachen aber grundsätzlich passiert das auf den anderen Netzwerken auf den anderen Blockchain-Infrastrukturen wo ich zinsen bekomme wo ich was mit den Kryptowährungen machen kann und dort existiert bitcoin in anderer Form natürlich auch ok ok dann dann probieren wir es halt mit ethereum ja das hängt ja damit man Vorstellungen davon kriegt also wenn jetzt keine Ahnung ein ethereum auf also stake was kriege ich da für Zinsen dafür also grundsätzlich hängt das natürlich vom Anbieter ab lass mich mal kurz schauen da gibt es zum Beispiel dieses rocket pool wo ich als kleinen Investor reingehen kann ja da bekomme ich einen Teil dieser staking zinsen sag ich jetzt mal vielleicht soll ich mal meinen screen schauen ja ja machen wir genau so ein bisschen ein Bild dazu bekommen weil ich glaube das ist alles sehr sehr abstrakt teilweise was wir da besprechen und wenn man mal ein bisschen was visuelles sieht wird es ein bisschen klarer also hier kann man tatsächlich ethereum staken rocket pool ist ein sehr bekanntes Projekt was das auch macht die haben natürlich auch den eigenen token das heißt wenn man sagt ja ich finde es cool was die machen kann man in die ja auch investieren aber grundsätzlich sieht man hier da sind jetzt 809.000 ETH gestagt und ein ETH findet sich aktuell bei 1,5.000 Dollar das ist schon für den traditionellen Markt jetzt nicht viel vielleicht aber für den Kryptomarkt das ist schon eine gute Summe und sieht man da auch das sind jetzt ungefähr so 3.200 verschiedene Computer sagt man die eben da wirklich diese 40.000 50.000 Dollar in die Hand genommen haben und da mitmachen und wir können uns jetzt da entscheiden als kleinen Investor ich brauche mindestens 32 oder 8 ETH bei ihrem Service also auch immer noch sehr viel Geld um da mitzumachen und habe wirklich einen eigenen Computer für die meisten nicht relevant das was auch ich mache zum Beispiel ist eben dieses stake if wo ich schon mit ein paar 100 Dollar dabei bin kann ich dann wirklich das einfach reinstecken und bekomme eine Zinsen dafür und hier im Schnitt aktuell 3,7% also das ist wirklich nachhaltig was hier passiert zum Beispiel das ist jetzt kein Hype Projekt oder irgendwas man sieht es ja auch am Zinshaus bekomme ich nicht 20, 30, 100% Zinsen wenn ich bekomme in diesem Fall circa 3 bis 4% 3,76% per annum ist das dann genau also per year und wenn ich jetzt wirklich selber eine Note betreibe dann ist es natürlich mehr ist mehr und es hängt wahrscheinlich dann auch von dem Coin ab von der Währung ab weil riskantere also das ist jetzt nur auf ETH das ist nur ETH selbst sogar also es ist nicht mal nur die Blockchain genau aber es gibt ja auch Börsen wo ich die Möglichkeit habe verschiedene Coins verschiedene Währungen zu staken ist es dann so dass es auch unterschiedliche Zinssätze gibt für die unterschiedlichen Währungen natürlich also jede Kryptowährung und jede Plattform hat unterschiedliche Zinssätze also das was wir jetzt angesehen haben das ist wirklich da verbessere ich die Sicherheit der Blockchain und bekomme einen Zinssatz dafür das ist mitunter die sicherste Art zu staken sage ich mal dazu verhältnismäßig natürlich das hier hier sehen wir dann wirklich schon Awe.com zum Beispiel das ist ein sehr bekannter und auch sehr dominanter Player im Kryptomarkt wo man zum Beispiel Kryptowährungen verleihen kann und ausleihen kann natürlich auch und jetzt mal reingehen also das ist der Code selbst ist immer alles Open Source meistens oder ein Großteil das sehen wir jetzt schon da kommt jetzt auch so eine Kryptowallet schon daher das ignorieren wir jetzt mal ja los geht's da kann man irgendwas sehen und da sehen wir jetzt ein paar Zinssätze für einen Dollar also USDT ist nichts anderes als eine Kryptowährung die den Dollar abbildet bekomme ich 3% pro Jahr also das sind wirklich alles wie man sieht das sind keine extremen Zinssätze wie man es teilweise so aus den Nachrichten hört das sind grundsätzlich nachhaltige Geschichten 2,5% für ETH also hier verleihe ich es nur also das sind wieder andere Geschichten gibt es natürlich auch ihren eigenen Token bekomme ich gar nichts Chainlink das ist das über was wir gesprochen haben vorher bekomme ich auch eigentlich nichts das ist dieser Rocketpool das ist das was wir hier angeschaut haben also die haben ja auch einen Token den kann ich wenn ich sage ich finde ihr Projekt cool ich kaufe den und verleihe den Token also das sind alles so Geschichten was da gehen und da gibt es ja zum Beispiel wie SNX zum Beispiel rechts unten 14,12% SNX ah ja oder Fax also auf der rechten Seite jetzt hier mit 31 Ja das ist das Ausleihen ist das Ah das ist das Intensiv zahlst du Okay alles klar Das sind zwei Dinge zu beachten hier wenn der Zinssatz höher ist natürlich dann ist das ein Asset das sehr viel mehr im Wert schwankt meistens ich kann das verleihen ich bekomme vielleicht meine ich habe schon Kryptowährungen verliehen für 1000% aber wenn die Kryptowährung gegen 0 geht bringt dir das nichts genau süß genau süß das heißt man sieht am Zinssatz auch irgendwo die wie soll ich sagen die Volatilität das Risiko der Kryptowährung kann man das so sagen gehört das Risikowährung ich würde das nicht pauschalisieren aber ich glaube man kann ganz allgemein Rule of Thumb ist ja immer so oder wenn ich sage wenn ich viel Geld verdienen kann kann ich viel verlieren ist eigentlich immer so wenn man jetzt weitergeht und ein Basket an Kryptowährungen hat die moderate Zinsenzahlen dann ist ja das durchaus eine interessante Herangehensweise würde man sagen absolut also ich zum Beispiel habe also es ist nicht sehr konzentriertes aber ich habe ein paar IF und die habe ich gesteckt über Rocketpool das heißt da liegt X drinnen und bekommt dann meine 4% in IF das heißt wenn IF dann steigt dann habe ich ja hier noch einen exponentiellen oder linearen Hebeleffekt wie auch immer das heißt ich bekomme die Zinsen auch in dieser Kryptowährung das ist ja eigentlich so ein spannender Aspekt auch kommt es nicht in Dollar sondern eben in einer Kryptowährung die auch steigt oder fällt wenn ich sowieso vorhabe dass ich Kryptowährungen lange behalte dann ist das natürlich ein ganz netter Zusatzverdienst weil ob ich es jetzt einfach liegen lasse und auf die Performance warte der Kryptowährung oder ob ich es in der Zwischenzeit eben verleihe und dafür Zinsen bekomme ist es wie gesagt ein netter Zusatzverdienst ok verstanden spannend spannend Kevin wir haben bei weitem schon überzogen es gibt 100.000 Fragen zusätzlich wir könnten noch reden über grundsätzlich das Web3 des Metaverse über NFTs zum Beispiel und verschiedenste Dinge die es da gibt aber ich glaube das wäre ein Thema für ein anderes Mal für ein zusätzliches Mal um abzuschließen ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für deine Zeit für deine Ausführungen wir haben gesehen spannendes Thema man muss sich auskennen würde ich sagen um dort auch wirklich zu wissen was man tut das ist ein ganz wichtiger Punkt es gibt in der Zwischenzeit auch die Möglichkeit eben in sein Depot Kryptowährungen zu legen ob es jetzt Bitcoin oder ETH ist ist ja dann egal es gibt Zertifikate die ein Management dahinter legen eine gewisse Handelsstrategie haben es gibt verschiedenste Möglichkeiten eben das auch im normalen unter Anführungszeichen Depot zu nutzen eine Beimischung ist natürlich immer ja eine Beimischung zum Depot zum Portfolio ist halt immer die Frage ob es Sinn macht jedenfalls verhalten sich Kryptowährungen nicht unbedingt so wie klassische Aktien ein wenig Gleichlauf sieht man natürlich mit Tech-Aktien mit der Nasdaq das durchaus zu sehen auf der anderen Seite kann man durchaus ein wenig beimischen es gilt ja generell für jedes Portfolio eine breite Aufstellung ist wichtig je nach Risikoertragsprofil das man hat und dann ist es schlussendlich dem eigenen Gutdünken überlassen ob man das möchte oder nicht ich persönlich bin Oldschool ich bin noch sehr sehr verhalten was dies bezüglich was eine Investition in Kryptowährungen betrifft also in meinem Depot findet sich es nicht wieder muss ich ganz ehrlich zusagen aber es spricht aber meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen das 5% beizumischen aus Diversifikationsgründen wenn man denn möchte zum Beispiel 5% ist nur jetzt eine Zahl die in den Raum gestellt wird ja damit herzlichen Dank für deine Zeit wir überlegen uns ob wir noch extra was machen zum Metaverse beziehungsweise zu anderen Instrumenten das Video ist ziemlich lang geworden ich hoffe dass sie dass ihnen nicht langweilig geworden ist werte Zuseherinnen und Zuseher ich glaube das Thema ist sehr sehr interessant wir werden noch sehr viel davon hören in Zukunft es wird uns begleiten es wird uns nicht verlassen es wird von Unternehmen auch übernommen gerade was Blockchain betrifft und die Vorteile überwiegen hier die Nachteile würde ich sagen es bleibt spannend Kevin herzlichen Dank für deine Zeit und wenn sie möchten bitte einfach abonnieren unseren Kanal und Fragen und dergleichen bitte jederzeit stellen also jetzt enkel dich alles Gute Kevin danke vielmals danke Jörg danke liebe Zuschauer und ja bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.